Herzlich Willkommen zur 124. Folge von CitySkylights. Ja, wir sind bei den Bussen am Arbeiten und der MAZ hat mir den Tipp gegeben, ich sollte mal hier auf die Lupe klicken. Dann sieht man auch die Übersicht der Tabelle hier, Linie. Da kann man auch einzelne jetzt ausblenden dann hier mit den Augen. Und dann sieht man nur noch die, die man haben möchte. Ja, ist natürlich reichlich. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage. Farblich kann man die hier dann noch ändern, ist auch gut. Dann sieht man da unten ist die. Okay, dann sehen wir sie auch schon da. So, und... Wie, das ist die Buslinie? Ne, das ist die Zuglinie, die da fährt, ne? Und wir sind jetzt hier und haben eine Buslinie rot gefärbt, so. Und wir müssen mal schauen, wo die lang geht. Aber das sieht ja schon ganz schick aus hier. Die ist auch nicht so weit, die ist auch super angelegt eigentlich, die können wir schon mal so lassen. Gut. Das bedeutet, wir gehen wieder hier hin und machen die jetzt auf grün, weil die okay war. Dann nehmen wir uns die nächste vor. Die machen wir wieder rot. Äh, ja. Dann gucken wir mal, wo eine rote Buslinie ist. Ich sehe sie gerade nicht. Ja. Das hat super geklappt. Ja, die Buslinie gibt es leider nicht. Ja. Das ist dann eine, die wir wahrscheinlich gelöscht haben und da gibt es vielleicht irgendwo noch eine einzelne Bushaltestelle dafür oder sowas. Ah, ne, da. Da ist sie. Die grüne hat das ein bisschen überdeckt hier. Ja, die ist auch gut, würde ich sagen, ne? Kleine Linie. Passt. Also, ab ins grüne. Und die nächste. Gut. Oh, warte. Wo ist was Rotes, ne? Warte mal, nochmal da drauf. Wenn ich die jetzt anklicke, ne, da kann ich den Namen ändern. Ah, da geht's. Alles klar. So. Das ist ja noch besser, ne? Das war richtig gut. So, die ist da auch. Das ist auch wunderbar. Das bedeutet, die machen auch grün. Und auf zur nächsten. Rot gemacht. Und Flüster. aus linie 11 fertig jede schlucht ab von den häusern und dahin kommt hier vorbei auch gut super so ist die sind irgendwie so doppelt gemoppelt aus ja jetzt müssten wir wissen welche die andere ist jetzt bringt die andere auch mann oder die wäre schon mal doppelt und die gitarren warte mal wenn ich die jetzt ausblende jetzt weg ja die ist dann nur da wenn ich da drauf gehen genau jetzt muss ich nur die andere finden aber die ist ja ok eigentlich ne ne warte mal wenn ich die fahren lasse dann kann ich die löschen können sie die weglöschen ja die kann weg weil die haben ja noch die so machen wir die mal gerade rot nochmal die fahren da lang da lang und die schleife das passt dann schon gut also ab ins grüne nächste die 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 rot und dann dahin alles klar das ist die die fährt ein bisschen zu der anderen hier parallel ne kreuz zwar ein bisschen aber ich glaube das lassen wir auch so schön grün fertig nächste ja sieht auch annehmbar aus Grün, fertig, nächster, die war rot, sehe ich nicht, wo die ist, fern, ok, ganz woanders, gut, äh, die verbindet den Bereich da mit dem Bereich, ja, das muss man so. Okay, machen wir die rot, und dann dahin, oh, der ist ja schon, ah, das ist die, ja, passt schon. Jetzt müssen wir hier scrollen, aber das wird schon werden, so, dann die, sehe ich jetzt nicht, okay, konnte man auch nicht sehen, das ist okay, ja, ändert sich nicht da, ne, grün, und passt, nächster, da brennt irgendwo, oder, oder sind es die Schlote hier, nein, irgendwo war ja ein Feuer, oder? Wahrscheinlich geht's vorbei, abgerissen, gut, gucken, gute Anbindung, passt. Grün, nächster, nächster, die war mal rot, sehe ich nicht, wo sie ist, ok, da, ja, die ist auch ok, passt, dann rein, nächste, ins rote, gehen wir mal anders, dann weg, ja, passt, kann man so lassen, denke ich, so, grün, nächster, rot, da ist die, da ist die doppelt hier, ja, die kann komplett weg, die kann, bitte, habe ich hier, nächste, passt schon, passt schon, mal grün, nächste, in rot, und, pension, ok, die sind ein bisschen langgezogen, aber auch ok, das ist hier ohne die Küstenautobahn, ja, in diesem Stück fehlt's ein bisschen, aber da können wir ja schon eher noch eine hinsetzen, bevor wir die wegnehmen, ne, ja, da fährt die zwei, waren alles gut, grün, nächster, rot, hier ist wieder was anders, also da ist blau, da ist auch blau, das erscheint mir so, als ob wir die mal löschen, die muss weg, ja, die nächste, ist nämlich da auch schon, die geht hier rüber, oh, das ist eine ganz schlechte Dinge, ich glaube, die fahren nur Autobahnen aus Spaß und Dollerei, ne, ja, die lösen wir mal gleich auf, weil das nix bringt, weg, nächster, und so, dahin, ach, die ist hier vorne schon gewesen, und rausgesucht, die fährt hier lang, holt der Leute, und fährt hier so eine ganz komische Strecke über die Autobahn, ob das vonnöten ist, würde ich mal nicht sagen, ne, wo ist denn hier eine Bushaltestelle irgendwo, da ist keine Bushaltestelle, aber warum fährt die so doof, da ist eine Bushaltestelle, wir machen mal so, und die machen wir da weg, jetzt ist die ganz weg, oder was, das war es jetzt nicht, ne, aber, gucken wir mal die nächste erstmal an, ok, die ist okay, hier ist wahrscheinlich der Austausch der Fahrgäste, passt, so, wir suchen mal wieder da hin, machen wir das Grün, und die nächste, Rot, da ist die da, ok, die blaue wird da lang, da findet jetzt keine Verbindung statt, weil die eine verloren gegangen ist, ne, die ist aber so eigentlich ganz gut, das heißt, die machen wir mal Grün, ach, da ist Grün, und dann nehmen wir die nächste, die machen wir einmal wieder Rot, da sehen wir die, die macht dieses Wohngebiet, findet der an, und dann, hm, 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 weg, 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 dann machen wir nachher hier eine hin wieder, eine neue Linie aber dann, hier ist auch noch, so, weg, ich glaube hier ist auch noch eine, oder, ja, da, und noch, da, ich glaube jetzt hier noch, weil da noch eine ist, jetzt fährt die so einen komischen Bogen da lang, ne, da muss ich gar nicht lang fahren eigentlich, oder? Da kann ja wieder eine hin, so ist ja nicht, aber, wo hält die denn an, dass die da hier so rumfährt? Warte mal, vielleicht sieht man das da noch nicht, weil, ne, hier ist keiner, da ist er, und weg ist er da. So, jetzt fährt die nur noch hier vorne rum, und das ist auch gut so. So, dann runtergescrollt, Farbe geändert, und alles ist gut. So, dann haben wir sie alle. So, jetzt muss man vielleicht noch ein paar dazusetzen. Die, die wir haben, sind jetzt schon besser, aber wir müssen zum Beispiel hier noch was verbinden, dieses machen. So, hier sieht's gut aus. Ja, aber, ich sag mal, wir haben jetzt leider erstmal welche weggemacht, hier muss auch noch was hin. Da müssen wir schauen, dass wir demnächst, in der nächsten Folge, würde ich mal sagen, dann die Buslinien noch wieder hinzufügen, die uns da noch fehlen. So, das haben wir erstmal, ne? Das ist doch schon mal gut. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann, tschüss!